Aber ganz ehrlich, das ist arg weit oben. Also muss ich jetzt nochmal runter. Und nochmal versuchen, ob ich dann dem Kabel irgendwie folgen kann. Okay. 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 Jetzt habe ich das hier auch aktiviert. Aber hier kann ich jetzt nichts machen oder so. Dann bleibt mir nur eine einzige Wahl. Ich habe jetzt zwar alles aktiviert und so. Aber dann gehe ich mal woanders hin und mache andere Sachen zuerst. Mal von hier aus. Es geht nur ein einziges Kabel weg und es geht nach unten schon. Was passiert eigentlich, wenn ich hier noch bin? Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ich glaube eher nicht so. Gibt es hier einen Weg nach unten? Das wäre auch eine gute Frage. Ich glaube mal ja, dass hier noch einen Weg nach draußen gibt, oder? Nee, hier bin ich jetzt dann hier. Hier sind die meisten Pakete noch wahrscheinlich. Hier zum Beispiel. Ja, wir haben hier ein bisschen Störungen. So, hier in etwa befindet es sich. Also befindet es sich eindeutig wo unter mir. Also hier wahrscheinlich irgendwo. Na? Da vielleicht? Ah, da sehe ich doch leuchten. Was ist da hinten? Nichts mehr Wichtiges. Nehme ich mal schwer an. Und dann gucken wir mal. Da oben haben wir es. Und dann haben wir da hinten noch irgendwas. Da war ich glaube auch schon einmal drin. Ich muss mal mir einen Überblick verschaffen, was da oben eigentlich an alles los ist. Okay, wir müssen da irgendwie hin wahrscheinlich. Wir müssen wahrscheinlich den Zug bewegen irgendwie. Ah, wir brauchen hier irgendwo Strom, kann das? Das hier macht uns das hier irgendwo Strom. Hm. Boah, hier ist überall dieses scheiß Feuer. Das tut Batman weh. Ich glaube mal nicht, dass der Batering genug Power hat. Ne. Und das hier will ich sich nicht angucken. Oder vielleicht damit? Aber dafür brauche ich Strom. Ich glaube mal, ich muss mal direkt, kurz nachdem ich das hier jetzt aktiviert habe. Macht's bitte, Batman. Den Batering nochmal voll durchfeuern. Ja, da. Ich glaube es nicht, ey. Geht doch. James Gordon. Was ist mit dir passiert? Kleine Schlägerei. Das gehört dazu. Und wer war es diesmal? Irgendwelche Verbrecher oder deine Kollegen? Ach ja, das ist ja dasselbe. Was machst du um die Zeit auf dem Revier? Weißt du nicht, was das hier für eine Gegend ist? Dad, ich bin 15. Du solltest zu Hause sein. Ja, aber da sind ein paar finstere Typen, die unser Haus beobachten. Ich dachte, das solltest du wissen. Oh, okay. Ich besorg dir eine Polizei-Eskorte. Die sollen sich die mal ansehen. Äh, Dad, diese Typen sind von der Polizei. So weit ist es also schon. Diese Bastarde. Dad? Hier, nimm das. Ein Polizeifunkgerät. Und hier eine Liste der Funkkanäle. Sie wissen nicht, dass ich von den Rotmarkierten weiß. Auf denen werden sie Kontakt halten. Das kann ich nicht mitnehmen. Wenn sie das herausfinden, wirst du gefeuert. Die sind eh schon hinter mir her. Besser, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Ja, der Gordon, der ist schlau. Mal ganz kurz gucken. Pioneer's Bridge. Mir fehlt nur noch ein einziges. Und das ist das, wo ich nicht finde. Ja, dann muss ich das wohl besser suchen. Haha. So, dann fange ich aber nochmal an und mache zuerst mal das hier. So, dann gehe ich nochmal zu einem anderen Stromkasten. und mache den auch mal an. Und wir haben hier noch was. Ich werfe da mal einen ferngesteuerten Batarang dagegen. Ich sollte ihn besser werfen. So. Ne, das geht hier eindeutig nicht. Beziehungsweise. Na, das hatte ich schon, ja. Das Datenpaket hatte ich schon gemacht. Ah, ich sehe es, ich sehe es. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich da hinkomme. Beziehungsweise da ran. Ah, einfach so, ja, nice. Hallo, wer ist da? Ein Freund der Familie. Sionis. Was wollen Sie? Ich wollte nur mal ein paar alte Kontakte wieder aufleben lassen. Aha. Ihr Vater und ich waren uns nicht immer einig. Aber wir hatten viel gemeinsam. Gleiche Interessen. Gleiche Traditionen. Ich kann nicht für meinen Vater oder meine Familie sprechen. Das klang aber neulich im Gucci Notter noch ganz anders. Woher wissen Sie das? Ganz ruhig, Alberto. Wie sehr gutes Essen und Wein noch die Zunge lockern, was? Wenn Sie das nächste Mal Ihre Zukunft bereden wollen, machen Sie es an einem privateren Ort. Ich hätte da was. Na, okay, okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Pioneers Bridge fertig, glaube ich mal. Yes. Heißt, das nächste Mal, äh, das nächste, was wir uns anschauen sollten, wäre der Coventry District. Da gibt es auch noch eine Mission, die wir machen können. Und sobald wir dann alle Datenpakete haben, können wir in Enigmas Hauptquartier gehen. Dann lohnt es sich wenigstens, weil dann kriegen wir auch irgendwie, glaube ich, den, äh, geheimen Raum oder so. Ich mach das jetzt so. So, jetzt muss ich irgendwie in die Lazy Towers rein. Und jetzt fragt mich nicht, wie man das nochmal anstellt. Weil da bin ich richtig überfragt. Das ist schon zu lange her. Hm, Mann, ey, wie kommt man da rein? Die Lazy Towers, wie kam er da nochmal rein, ey? Das ist jetzt natürlich eine hervorragende Frage. Ja, da bin ich. Ich habe aber gerade Wichtigeres zu tun, tut mir echt leid. Ich kann nicht mit euch spielen. Ich denke mal, wir sind in Lazy Towers. Das ist supergeil. So, Lazy Towers. Ja, mal ein Datenpaket. Und da ist es auch einfach. War das alles in den Lazy Towers? Ja. Dann können wir hier ja wieder gehen. Dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, wo dieses andere, äh, Ding ist. Mal, wir haben hier jetzt noch was, wo es irgendwie reingeht. Aber ich mache jetzt einfach mal diese Mission da hinten. Wo wir hier noch, äh, haben. Es geht schon mal zu, was hier die Rucks alt. Es geht um, wie geht um? Ich werde hier mal so live. B- Vielen Dank.